Liebe Genossinnen und Genossen, die letzte Bundestagswahl ist zwei Jahre her. Zwei Jahre große Koalition und es ist in der Tat Zeit, Bilanz zu ziehen. Das heißt aber für uns auch, und darauf will ich dann als Wahlkampfleiter doch aufmerksam machen, die Weichen für die nächste Bundestagswahl beginnen wir jetzt zu stellen. Angela Merkel spaltet Europa, Angela Merkel spaltet mit ihrer Politik dieses Land, diese Gesellschaft und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dass diese Politik spätestens 2017 ihr Ende hat, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wissen aber auch, so richtig Wechselstimmung macht sich nicht breit in Deutschland. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir für viele unserer Forderungen und Projekte hohe Zustimmungswerte in allen Bevölkerungsschichten in Ost und West, bei Jung und Alt erzielen können. Was heißt das jetzt für uns und wie kann man das eine irgendwie näher an das andere heranbringen? Ich glaube, liebe Genossinnen und Genossen, das Zutrauen von Bürgerinnen und Bürgern in die Chancen eines Politikwechsels, denn darum geht es, steigt dort, wo das Vertrauen in die Kompetenz derjenigen wächst, die für einen solchen Politikwechsel streiten und stehen. Und dazu gehören wir. Und deswegen will ich aus meiner Sicht benennen, was das für uns heißt. Es geht für uns um Verlässlichkeit des politischen Handelns. Bürgerinnen und Bürger müssen wissen, woran sie mit uns sind. Es geht zweitens um Präsenz und Sichtbarkeit. Ich möchte, dass wir uns als Partei nicht zufrieden geben mit der Tatsache, dass wir immer weniger Mitglieder haben. Und ich möchte, dass wir uns nicht darauf begrenzen, nur in Wahlkämpfen Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern suchen, sondern dass wir jeden Tag, dass wir im Alltag für Bürgerinnen und Bürger erreichbar sind. Es heißt drittens Nachvollziehbarkeit und Praktikabilität unserer Konzepte. Die Menschen müssen verstehen können, worum es uns geht. Es muss mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun haben und es muss ihnen umsetzbar erscheinen. Und natürlich gehört dazu viertens, dass wir in unseren Reihen starke Persönlichkeiten haben, die mit ihrem Gesicht für unsere Politik und unsere Partei stehen. Und letztlich wünsche ich mir, dass wir als Partei nach außen auch ein Bild abgeben, das zeigt, dort wird diskutiert, dort wird in wichtige Fragen gerungen, aber dort wird sich auch respektiert, dort herrscht eine einladende politische Kultur und politische Differenzen tragen wir nicht über Unvereinbarkeiten aus, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben als Partei in diesem Jahr, und auch ich will noch mal daran erinnern, zwei Landtagswahlkämpfe bestritten und wir haben sie grandios zum Ziel geführt. Diese Wahlergebnisse in Hamburg und Bremen sind nicht vom Himmel gefallen, sondern sie haben aus meiner Sicht sehr viel mit diesen Punkten zu tun, die ich eben genannt habe. Sie sind hart erarbeitet worden, Präsenz in der Stadt und im Alltag, klar in der politischen Ansprache und gleichzeitig auch bündnisfähig innerhalb und außerhalb der Parlamente, wenn es darum geht, für die Bürgerinnen und Bürger hier und jetzt etwas zu erreichen. Und ich danke beiden Fraktionen, beiden Landesverbänden für ihre jahrelange gute Arbeit und auch ich will persönlich noch mal den beiden starken Frauen, Christina Vogt und Dora Hien, sehr herzlich danken. Liebe Genossinnen und Genossen, Zutrauen in linke Gestaltungskompetenz prägen wir maßgeblich auch dort, wo wir jeden Tag in praktischer Verantwortung stehen. Das gilt zum Beispiel in Borna, wo morgen Simone Lüttke als Oberbürgermeisterin wiedergewählt wird, denke ich doch, nicht wahr, liebe Genossinnen und Genossen? Das gilt in Mansfeld-Südharz, wo Angelika Klein im letzten Jahr mit 80 Prozent zur Landrätin gewählt worden ist. Und das gilt natürlich auch in Thüringen, wo wir seit dem 5. Dezember den ersten linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in unseren Reihen haben. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist unsere gemeinsame Aufgabe und nicht nur die der Betroffenen in Anführungszeichen Landesverbände oder Kreisverbände oder Stadtverbände, wo wir in diesen Situationen sind, dass die Genossinnen und Genossen dort erfolgreich sein können. Und dazu gehört immer auch, dass wir nüchtern bilanzieren, was uns nicht gelingt. Aber dazu gehört eben auch, stolz auf das zu sein, was uns gelingt. Und ich möchte, dass wir lauter und offensiver über unsere Erfolge in den Städten, in den Gemeinden und in den Ländern reden, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn wir die Energie, die mitunter in innerparteiliche Empörungswellen oder in taktische Spielchen oder was auch immer wir erleben in unserer Partei investiert wird, dafür nutzen, offen und laut darüber zu reden, was diese Genossinnen und Genossen in diesen verantwortlichen Positionen an großartiger Politik machen, wären wir einen großen Schritt weiter, liebe Genossinnen und Genossen. Fünf Landtagswahlen liegen vor uns 2016. Und wir wollen diese Landtagswahlen nicht nur ähnlich erfolgreich absolvieren wie die beiden in diesem Jahr. Wir wollen, und so haben wir das auch deutlich gemacht im Leitantrag 2016, am Ende in mehr Ländern als nur in Thüringen und Brandenburg, Einstiege in den Ausstieg aus der neoliberalen Politik gestalten wollen. Und die Chancen dafür in Sachsen-Anhalt, in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, sie stehen nicht schlecht. Liebe Genossinnen und Genossen, bevor wir uns alle daran gewöhnt haben und es niemandem mehr auffällt, will ich an eine Sache dann doch erinnern. Wir haben die drei letzten Landtagswahlen im Westen gewonnen. In Hessen, in Hamburg und in Bremen. Und wir erinnern uns, das war vor drei, vier, fünf Jahren nicht immer der Fall. Und das ist ein gutes Signal und das macht Mut. Und wir haben im nächsten Jahr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz-Wahlen und haben die Chance, dort erstmals in die Landtage einzuziehen. Und das wäre nicht nur richtig und wichtig, weil die Landespolitik dort auch einen parlamentarischen Druck von links dringend notwendig hat, sondern in beiden Ländern wäre es natürlich auch ein wichtiger Schritt für die Partei, für unsere politische Verankerung vor Ort und für den Parteiaufbau. Und natürlich sollte niemand unterschätzen, wer unsere bundespolitische Präsenz und Wahrnahme verbreitern will, der braucht eine wachsende Verankerung in den alten Bundesländern. Liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen gute Arbeit und soziale Rechte. Wir wollen ein gutes Leben für alle. Wir wollen Reichtum umverteilen und in die Zukunft investieren. Wir wollen eine neue europäische Entspannungspolitik. Wir wollen Gesellschaft sozial und ökologisch umgestalten. Wir wollen TTIP und massenhafte Geheimdienstspitzeleien stoppen und stattdessen Bürgerrechte abbauen. Und wir wollen endlich eine humanitäre Flüchtlings- und Migrationspolitik. Das alles, liebe Genossinnen und Genossen, das alles gibt es nur ohne Angela Merkel. 2016 haben wir die Chance, einen großen Schritt zu machen, Widerstand zu verbreitern und Alternativen greifbarer zu machen. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Lasst uns dafür streiten. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.